die faule spinnerin die faule ein märchen der brüder auf einem dorfe lebte ein mann und eine frau und die frau war so faul dass sie immer nichts arbeiten wollte und was ihr der mann zu spinnen gab das spannen sie nicht spannen sie nicht fertig und was sie spannen hast bitte sie nicht sondern dies alles auf dem klauel gewickelt liegen schalt sie nun der mann so war sie mit ihrem maul doch vorne und sprach was soll ich haspeln da ich keinen haspel habe geht du erst in den wald und schaff mir einen wenn es daran liegt sagte der mann so will ich in den wald gehen und haspelholz holen da fürchtete sich die frau wenn er das holz hätte dass er daraus einen haspel machte und sie abhaspeln und dann wieder frisch spinnen müsste sie besann sich ein bisschen da kam ihr ein guter einfall und und sie lief dem manne heimlich nach in den wald wie er nun auf einen baum gestiegen war das holz auszulesen und zu hauen schlich sie darunter in das gebüsch wo er sie nicht sehen konnte und rief hinauf wer haspel holz haut der stirbt werde haspel der verdirrt der mann heute legte die axt eine weile nieder und dachte nach was das wohl zu bedeuten hätte ei was sprach er endlich was wird es gewesen sein es hat dir in den ohren geklungen machte keine unnötige furcht also ergriff er die axt von neuem und wollte zu hauen da rief es wieder von unten herauf wer haspel holz haut der stirbt werde haspel der verdirrt er hielt ein kriegte angst und bang und sah dem ding nach wie aber ein weilchen vorbei war kam ihm das herz wieder und er langte zum dritten mal nach der axt und wollte zu hauen aber zum dritten mal rief es und sprach laut wer haspel holz haut der stirbt wer da haspelt der verdirrt da hatte er es genug und alle lust war ihm vergangen so daß er eilend den baum herunter stieg und sich auf den heimweg machte die frau lief was sie konnte auf den nebenwegen damit sie eher nach hause käme wie er nun in die stube trat tat sie unschuldig als wäre nichts vorgefallen und sagte nun bringst du ein gutes haspel holz nein sprach er ich sehe es wohl es geht mit dem haspel nicht erzählte ihr was ihm im wald begegnet war und ließ sie von nun an damit in ruhe bald hernach fing der mann doch wieder an sich über die unordnung im hause zu ärgern frau sagte er es ist doch eine schande daß das gesponnene garn da auf dem klaue liegen bleibt weißt du was sprach sie weil wir doch zu keinem haspel kommen so stell dich auf den boden und ich stehe unten da will ich dir den klauel hinauf werfen und du wirfst ihn herunter so gibt es doch einen strang ja 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 das geht sagte der mann also taten sie das und wie sie fertig waren sprach er das garn ist nun gestrengt nun muss es auch gekocht werden der frau ward wieder angst sie sprach zwar ja wir wollen's gleich morgen früh kochen dachte aber bei sich auf einen neuen streich frühmorgens stand sie auf machte feuer an und stellte den kessel bei allein statt des gals legte sie einen minderwertigen klumpen fasern in den topf und ließ es immerzu kochen darauf ging sie zum mann der noch zu bette lag und sprach zu ihm ich muss einmal ausgehen stehe doch mal derweil auf und sie nach dem garn das im kessel überm feuer steht weißt du aber du musst bei zeiten tun gib wohl achten wo der hahn kräht und du sähe es nicht nach wird das garn zu minderwertigen fasermist der mann war bei der hand und wollte nichts versäumen stand eilend auf so schnell er konnte und ging in die küche wie er aber zum kessel kam und hinein sah so erblickte er mit schrecken nichts als einen klumpen wertloser fasern da schwieg der arme mann mäuschen still dachte er hätte es verbockt und wäre schuld daran und sprach in in zukunft gar nicht mehr von garn und spinnen aber das musst du selbst sagen es war eine garstige frau so 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 so